Ah, daneben! Irgendwann erwisch ich so'n Geich. Ich erwisch einen. Null Ahnung, warum dir das so wichtig ist. Ich glaub, danach wird's mir echt besser gehen. Oh nein, ein kleiner Löwe! Das ist kein Löwe. Dann check das mal aus, was ist das? Das ist kein Löwe, das ist ein pelziger Vogel. Sieht aus wie ein Löwe. Jetzt, das ist kein Löwe, lass mir sehen, Verzeihung. Na schön, womit haben wir es hier zu tun? Das ist ein Löwe! Rein um dein Leben! Warte, 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 Timon, warte, es ist nur ein kleiner Löwe. Er wird größer. Können wir ihn behalten? Können wir ihn bitte behalten? Oh, oh, ich geh mal mit dem Gassi versprochen und wenn er Kacki macht, putz ich's weg. Du wirst sein Kacki, er frisst dich auf und benutzt dann mich als Zahnstocher. Aber irgendwann, wenn er groß und stark ist, ist er auf unserer Seite. Ich hab's. Wenn er auf unserer Seite wäre, lass mich ausreden. Einen wilden Löwen zur Hand zu haben, ist vielleicht keine so schlechte Idee. Na also, können wir ihn dann behalten? Logisch, können wir ihn behalten. Meine Güte, muss ich immer für uns beide das Denken übernehmen. Wir nennen den kleinen Fred!